ja einen wunderschönen guten tag meine damen und herren dass ich glaube es ist auch mal an der zeit danke zu sagen zu meinen und vor allem wir sind seit zwei jahren auf etwas gestossen was wir einfach mal weitergeben möchten und vor allem ich von meiner seite her und ich erlaube ihnen auch bei diesem video unten dann einen link reinzustellen dann können sie einfach mal testen seit knapp zwei jahren oder fast zwei jahren shoppen wir ja auch über ein spezielles portal was ich ihnen jetzt kostenfrei mal zur verfügung stellen soll und darf weil einfach der vorteil extrem ist vor allem ist es ganz geeignet für blockerinnen blocker solche die youtube kanäle haben dass sie auch mal ihren kunden einfach mal danke sagen können weil heutzutage ob das jetzt bei aliexpress ist ob das jetzt bei amazon indien ist oder ob das bei zalando ist ob das reisen sind bei ebookers etc alle leute haben ihre lieblingsshops und ja da wo wir drauf gestossen sind diese shops sind dort alle verlinkt und der vorteil wir bezahlen persönlich für egal wo wir das tun auf den portalen einfach nicht mehr zu viel das heißt wir haben einsparungen zwischen fünf bis 30 prozent zum teil bis 70 prozent auf unseren lieblingsshops und das können sie ab heute eigentlich auch sie können auch diesen link viral verschicken weitergeben ja dann ist einkaufen online natürlich heutzutage einfach easy go und vor allem was ich feststelle in den letzten zwei jahren dass die leute die das diesen link einfach mal angeschaut haben die dann auch einen testaccount genommen haben also total frei die haben einfach wirklich dann auch gezeigt dass sie dankbar sind und vor allem froh sind dass sie diese form des einkaufs wirklich auch kennengelernt haben ja von meiner seite her egal ich glaube sie haben es auch schon gesehen egal wo sie wohnen sehen sie immer wieder die pakete die da kommen also es wird online eingekauft vielleicht gehören sie auch dazu und wenn dann haben sie jetzt wirklich die möglichkeit mal das zu testen das was wir seit zwei jahren tun und und einfach ohne dass wir irgendwo einen anderen shop berücksichtigen müssen sondern wir kaufen dort ein bei dem online shop wo wir wirklich auch wollen also bei unserem lieblingsshop aber durch das wir das eben gelistet haben haben wir jedes mal massive rabatte für das gleiche ich glaube das ist schon eine message die einfach interessant ist und die sich auch rumgesprochen haben wir haben mal nachgeschaut was das unternehmen heute schon für kunden hat und das ist weltweit also wirklich egal in welchem land ob das jetzt frankreich ist deutschland schweiz österreich ob das amerika indien ist etc weit über 110 millionen kunden die dieses portal schon benutzen also schon eine hausnummer die ich der meinung bin dass auch sie das mal kennenlernen können sie können unten einfach mal diesen link klicken wenn sie begeistert sind verteilen sie diesen link per e mail per whatsapp oder eben auch wenn sie einen youtube kanal betreiben können sie auch mit mir kontakt aufnehmen ihre erfahrungen weitergeben und sagen hey danke viel mal dass das funktioniert hat freut mich natürlich wenn ich ihnen hier einen kostenlosen tipp jetzt mal weitergeben durfte damit sie auch in zukunft wirklich in ihrem lieblingsportal ob das jetzt aliexpress ist etc einfach noch zusätzlich massive vorteile haben also online shopping ist glaube ich für jeden ein riesen thema und ich glaube ich konnte hier einen kleinen teil dazu beitragen dass sie das jetzt einfach mal kostenlos testen vielleicht auch bei ihrem nächsten einkauf ob das reisen sind ob das ob das kleider sind kosmetik ist etc kaufen sie mal über diesen link ein und sie stellen fest dass in ihrem eigenen persönlichen favoriten shop wirklich massive gelder einsparen können danke von dieser seite her wir tun es weiter und ich hoffe auch sie konnten somit erfahren ich freue mich für jedes feedback für daumen hoch etc und für jedes weiterschicken dieses links unten können sie draufklicken einmalig und dann sehen sie genau wie sie da in zukunft mit zwei klicks jedes mal beim einkaufen sparen danke von dieser seite her dass sie mir zugehört haben